Hallo, CuteFoxLP hier, mit einem kleinen Let's Quali-Check. Und ja, ich hab ne verfickten Scheiss Stimm-Quali, weil ich gerade mit dem Headset aufnehme... Aufmachen, ja. Gut, und gehe mich gerade mal nach draussen. Wuhuuu! Und ja, ich nehme gerade von meinem Gehrer-PC an. Und ich fühle mich ganz geil damit. So kann ich jetzt kein Weiß im Menü extra draufhopen. Okay. Mal gucken, was wir hier so haben. Wir haben hier... Zombie-Acht. Zombie-Tot. Nee. BATCH OFF! WAUGH! Duh! 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 Wup! Wup! Ich bin aufgestiegen, ich hab meine Upgrade! Und ja. Duh! Duh! Ich muss schon sagen, dass er da in der Bikini steht. Duh! 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 Ich hoffe, das ist etwas sinnvolles. Gut, dann gehe ich wieder zurück. Hast du mich gerettet? Ich habe mich gerettet. Meine Güte! Meine Güte! Okay. Ein weiterer Spieler. Stufen 4. Gott! Was willst du? Was? Ich habe dich nicht gebrochen. Ich werde das gerade nicht gebrochen. Voll am Arsch. Gefletscht. Ich brauche Energie, denn ich habe mich. Oh, ich weiß nicht. Nice buddy. Was war das? Du bleibst liegen, schätzlein. Den Puzzle kann ich nicht mehr benutzen. Oh, oh, das ist. Komm her. Komm her. Oh, das ist. Gott, komm her. Ich wusste nicht, dass das so ein Freund war. Sorry hey. Du, du, ich, nein. Du stehst doch. Du stehst doch drauf. Gut. Ich gehe mal kurz nach unten. Gut, das war mit Let's Test that Ice Island. Ich will immer Eislein sagen, Eislein, weisst du? Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gefallen? Oh, guck mal dieses Aquarium. Ja, ich nehme dich gerade mit meinem Geberpin. Zieh auf. Kannst du weiter? Oh, was für Schuhe? Oh, Bands. Gut. Dann, ja. Ich hoffe, man hört mich immer noch mit dieser geilen Stimme. Ich bin aufgeregt. Ich brauche eine Energie. Okay. Also, bis die Torge. Yes.